Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. Wii. Ja, ich kann meine Speiterkarte von der Gamecube nicht finden, das heißt, es wird so lange kein Mario Smash Football kommen. Wenn ich die dann immer noch nicht finde oder die nicht finden kann, dann brech ich das Let's Play von Mario Smash Football ab. So ist das eben. Egal, machen wir weiter mit New Super Mario Bros. Wii und oh mein Gott, wir müssen nicht diesen Spinner kämpfen. Meine vorher Blumen, ein Pils reicht niemals aus, aber hoffentlich schaffen wir es. Oh je, das wird schon schief gehen. Und es wird auch schief gehen, oh mein Gott. Ah! BTF! BTF! Oh Gott! Das sieht so schön schwer aus. Oh, es ist auch scheiße schwer. Boah, wie soll ich die... Wie soll ich das bisschen schaffen? Das ist scheiße unmöglich, diese Dinge da unten zu erwischen. Mann, das ist doch... Ah! Ein Gott, hab Reuter die Feuerblume, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Schau und ich werde zu wohl noch nur Samsung Galaxy S. Geschenkt bekommen! Kriegen! Wenn das so richtig ist... Äh, 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 und das heißt, die 3DS Let's Plays, also die Grafik der 3DS Let's Plays wird besser werden. Oh ja, kann ich endlich die 3DS Let's Plays, also zum Beispiel wie Legend of Zelda, Link Between Worlds, oder Mario Kart 7 machen. Weil da kann man dann die, das läuft ja flüssiger und man kann alles viel deutlicher kennen als beim Xperia-E, weil das Samsung Galaxy S eben eine gute Kamera hat und eben alles schärfer machen kann. Und deswegen werde ich auch, ähm, ein neues Let's Plays machen. Äh, Pokémon Diamant, wenn ich ne... Oh, fuck you! Ich kann doch das! Ich halte jetzt meine Fresse. Das ist... Ich muss darüber gerade lachen, ey, ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße schlecht. Auch wenn ich jetzt keinem auch mal gehe, ich finde das so witzig, ey, ich will nicht ausflippen. Ach, Gott. Ja, also was kann mal passieren, okay? Ach, Mensch. Was, das ist schon die Endburg? Och, nee. Och, nee, och, nee, och, nee, nein. Das finde ich jetzt unkool. Ja, toll, kommt ja schon. Feuerball. Ah, fuck. Oh, scheiße. Das ist scheiße, das ist scheiße. Guck dir! Boah, knapp. Hä, wie soll ich die Sterne zerwischen? Bist du bescheuert? Kann man nicht machen. Wenn ich die Bug jetzt... Fuck, nein, nicht drehen. Scheiße, wir haben die Eisblume verloren. Wird das unbeschadet. Und ob wir das ohne Sterben hinkriegen, weiß ich nicht. Oh, nein. Ich dachte schon, als wäre das Ende. Oh, ich will es wenigstens bis zur Hälfte schaffen, du. Diese Bucke ist scheiße schwer, Mann. Oh, oh, geschafft. Geil. Oh, schön den Feuerball ausgewichen, du. So, weiter. Oh, wir haben es bis zur Hälfte geschafft, du. Nein! Oh, ich mache es mir so scheiße schwer. Oh, ich habe sogar die Sternenmünze noch erwischt. Was? Was? Zwei? Fuck! Ja, drei. Drei Feuerbälle ist klar, Mann. Ist klar. Geistesgestört, du. Sag ich nur. Fuck! Oh, und... Überall. Nein! Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe sogar... Hä? Alter, ich bin nur noch ein Leben. Fuck. Aber auch, weil viele Game, oh, was ich kriege, ist mir scheißegal. Ich will nur, dass ihr Spaß habt, diese Slot-Clare umzuschauen. Ein Leben ist nicht gut. This is not good, this is not good. Wenn ich will ich diese Burg schaffen. Das ist schwerer als ein Leben. Ich will nur, dass es aussieht. Oh, knapp. Ja, jetzt schieße ich zwei Scheißfeuerbälle auf mich. Nur um mich voll einzuschüchtern. Oh, 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 oh. Oh, ich, das war voll getroffen, Mann. Das war voll getroffen. Ah, da willst du mich verarschen? Kannst du hier einfach... Oh, knapp. Fuckin'... Fuckin'... Was ist los? Was ist los, Alter? Was ist dein scheiß fucking Problem? Boah, Propellerhut. 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 Boah. Und jetzt müssen wir diese Kacke schaffen, sonst heiße ich Hans-Peter Müll. Hans-Peter Müll? Hä? Kapiel ich nicht. Und jetzt kommt der beschissenste Bossfight ever. Da. Ein Kettenhund. Ernst. Der ist so scheiße schwer. Wenn ich das nicht hinkriege, dann... Ja, das seht ihr selbst. Du bist scheiße. Wuff, wuff. Das war noch, wenn einer Feuerbälle schießt, ich meine, was... Ja, toll, yeah, hey, ohne Propellerhut ist doch auch kein Problem, ne? Oh, aufpassen, aufpassen. Scheiße, 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 scheiße! Fuck you! Fuck you mit deinem Scheißketten und... Ich hab' dich doch gehabt, man! Nooo! Hoff mit mir zu spielen! Du, das ist nicht witzig. Komm schon! Fuck you, ich hab' dich doch gehabt, man! Komm, das müssen wir jetzt schaffen, das müssen wir schaffen! Nooo! Nooo! Der Kettenhund, der verfolgt mich! Fuck you! Komm, das müssen wir schaffen! Nooo! Nein! Kein Treffer! Ja, geschafft, man! God damn! Ach, der ist da oben. Yay! Alter, meine Sorte! Dass ich das in allem mit deinem Versuch hinkriege, ey! Boah, ich hab' da fünfmal gefehlt! Oh! Boah! Alter! Alter! Du Arschloch! Spring aufs Schiff und rette Peach, man! Alter! Alter! Das kann noch nicht sein! Hey, nur noch drei Level, dann sind wir durch! Ich hab' drei! Und wie land beggatlich zugegeben! Und wie du willst Und weißt... Ich hab' eine sehr Polona! die Gebirgswelt ist erstmal richtig böse. Hier gibt es auch ein Level mit Kettenhunden. Das ist eigentlich gar keine Bedrohung. Oh nein, oh Gott. Entschuldigt, dass ich jetzt in die Kamera gerustet habe. Was eigentlich komisch ist, obwohl ich fast keine Kamera besitze. Fall bloß nicht runter. Oh, die Kugel Willis, die habe ich vermisst. Die werden langsam zu meinen Lieblingsgegnern. Ich meine, das sind Raketen. Das musst du dir mal vorstellen. Hä? Verschwinde! Fuck! Du sollst dich verpissen! Ich habe die Fresse voll. Es ist nicht zum Spaßen, Junge! Alter, ich habe nur noch einen Pilz. Hä? Hä? Das ergibt doch überhaupt... Ich habe doch... Ey Leute! Ich habe ein Leben! Ich hätte jetzt eigentlich eins verlieren müssen! Du, das... Oder gehen... Oder vertrauen die mir? Oder mögen die mich hier? Könnte sein! Nein! So, verpissen, 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 verpissen! Du, 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 du Fick dich, Alter! Du hattest dich doch fest! Ja, ey, komm, wie sollte ich denn ausweichen, ey? Das ist doch so... Fick dich, fick dich, fick dich! Dieses Spiel ist scheiße! Wieso let's play ich das überhaupt, ey? Ich hasse es. Komm schon, gib mir ne Chance, gib mir ne Chance, man! Keine Items... Die ist schon wieder sehr scheiße, um den Akku aufgeben, man. Du bist schon aufgeladen, du. Ich hab so gerade alles aufgeladen, wieso ist der Akku schon fast wieder leer, du, du... Du 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 du. Oh, ne, ich freue mich nicht. Du 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 du. Ich hab gerade übelst Bock, Mario Smash Football zu let's playen, ey. Und ich kann's nicht, weil die Speicherkarte weg ist. Mein Gott. Alter, ey. Mein Gott. Ja, ey. Langsam werden die Kugelwillis auch zu meinen Hassgegnern. Weil die die übelsten Cheater sind. Guck die dir doch mal an. Ja, jetzt klappt es auf jeden Fall, oder was? Ey, der Zweiknopf. Der funktionierte gerade nicht. Der wollte gerade nicht springen. Nein. Unfair, unfair. Alter, das war voll unfair, Mann. Voll unfair. Alter, ich hab doch rumgedrückt. Spaß. Was willst du? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Wie hieß der Miyamoto? Was willst du von mir? Würdest du mich ärgern? Würdest du, dass ich hier voll den ganzen Leuten ausflippe, die sich dann über mich lustig machen? Nein, das mach ich nicht. Boah. Boah, Alter. Boah, Alter. Scheiße, Alter. Ich feile im ersten Level. Von Welt 6. Das ist doch die reinste Scheiße. Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Zwei Game Over. Das muss doch nicht sein. Naja, zweimal Game Over gehen ist ja normal. Aber drei oder vier Mal, das ist schon peinlich. Bämst. Bäm. 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 Fägt dich in dein Arschloch. Bäm. 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 Oh, das ist fies. Ja, das ist fies. Es ist voll. Es ist voll der Spatenlöwe. Ja, ist klar, Mann. Ist klar. Alter, da kann man ja auch voll leicht sterben. Alter, was sie sich ja so einfallen lassen. Ja, da kotzt er ab. Da, 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 da. Oh mein Gott. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt, Mann. Alter, geil. Soll's noch schnell die Eisblume her? Hör damit. Uah. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Frau. Uah. Ich hasse euch alle. Uah. Uah. Alter, das ist nicht fair. Ja, ey, komm. Ich war in der Nähe der Kanone, ey. Wie kann der da schießen? Boah, ey. Hier wird... Ihr spielt mal mit unfairen Mitteln, du. So, hier, der Kuhl Willi kriegt ihn in die Fresse. Boah, wie fies. Ich will wohl noch... Ich will wohl noch... Power up! Uah! Ich werde nicht länger ruhen, bis ich ein Bauer habe. Mein Gott, das war doch nicht so schwer. Pause. Hahahaha. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Oh mein Gott! Ja, ihr... Hier ist ja auch so viel Beschuss, Mann. Alter, hier kannst du ja doch gar nicht überleben. Alter, seid ihr hardcore. Alter, die sind ja... völlig gestört. Da, da, da. Und... 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 Ja, Mann! Ha! Tate that. Eh, wenigstens hat es keinen Auspuster. Du, der Part ist schon wieder zu Ende, alter. Das geht ja übelst. Voran. So, der Video sei in der Part ist wieder zu Ende. Und... Ciao. Fick dich.